Unser Mario Buskowicz ist da. Den hätte ich auch gerne mal gesehen, dass er 11 Meter schießt. Aber nichts gegen Sonny, das kann passieren. Aber wie gesagt, Mario hat einen schönen Punkt. Schönen Hammer, das muss ich schon sagen. Logisch. Schön feiern, Mario. Penalty. Du, nächstes Mal. Ja, 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 ja. Ha, ha, ha. Habt ihr gehört? Der schießt das Ding, der hätte den Luder mit reingehauen. So kann man sehen, ob noch einer kommt. Und der Piener ist ja auch. Den hätte ich auch gerne in den Elfmeter schießen sehen, weil das ein Linksfuß ist. Aber wie gesagt, wo ist er, dann ist er schon da ruhig oder was. Ihr müsst ein bisschen, ja, ich muss ja hier ein bisschen aufpassen. Und dann will ich ja auch nicht so lange stehen hier mehr. Ja, ich muss ja jetzt nochmal sehen. Ich muss ja hier noch schauen, komm her, Pienerath. Ich weiß nicht, wie man hier rauskommt. Ja, Pienerath, die kommen an Baden hier. Ich muss ja jetzt schon mal Moment an den Tannis, wenn wir hier noch sehen haben. machen. Alle sehr freundlich, auch logisch, gute Kinder hier, alle. Aber die lassen gar nicht wieder los. Schreibt und schreibt und schreibt. Guter Einkauf, guter Linksfuß. Aber ich sag das immer wieder mit Sonny, ich weiß nicht, ob die beiden zusammen passen. Aber wie gesagt, das ist so, wie sie ist. Und wir sehen, ja, logisch. So, ihr Feierabend, alles klar.